Hallo Freunde, Künstler und Buss, Künstler und View, meine Freunde. Summer Gym hat einen neuen Labelvertrag getrieben. Summer, läuft bei dir. Du willst mit deinem eigenen Label keinen Bock mehr auf Banger? Hast du jetzt bei Warner unterschrieben? Für deine Künstler oder für dich? Weil du bist jetzt zur Hälfte noch bei Banger Music, hast du gesagt. Oder bist du jetzt bei Warner oder bei Uni? Du musst schon sagen, wo du bist. Erst sagst du, bei Banger waren schöne Zeiten, die haben alles für mich gemacht, Strukturen und so. Am Ende wechselst du eh das Label. Guck mal, Casey hat es doch auch gemacht. Casey sagt auch, alles gut bei Banger. Und dann haut er auch ab. Obwohl, ja, Banger ist ja eh so gut wie am Ende. Die haben ja nur noch diesen Jasko, selbst Macho ist weg, verdammt nochmal. Die jetzt haben so einen Jasko und diesen Sippo. Das war es dann auch schon, 18 Quadrat. Damit hat sich die Sache aber auch erledigt. Damit die Zugpferde sind weg, meine Freunde. Also, Farid, du musst Gas geben, damit du Banger wieder auf Vordermann bringst. Sonst bist du der einzige Artist, der ordentlich verkauft. Okay, meine Freunde, das war's wieder von Müllen. Bross. Aber bitte gleich nicht vergessen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.